Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live in meinem kleinen Studio für euch mit einem neuen spannenden Thema. Und zwar geht es heute um eine Art der Dämmung, die mich beim ersten Mal, als ich sie gesehen habe, tatsächlich ein bisschen fassungslos gemacht hat. Worum geht's? Um die PU-Sprühschaumdämmung. Ich weiß nicht, ob das schon mal der ein oder andere von euch schon mal gesehen hat. In den USA ist das ja relativ häufig sogar vertreten. Bei uns, wie in Europa, in Wohnhäusern eher seltener, aber es gibt sie. Und deswegen schauen wir uns das heute mal an. Was ist eigentlich so eine PU-Sprühschaumdämmung? Wie funktioniert das Ganze? Was hat das so vor allen Dingen für Vor- und für Nachteile? Und ja, nochmal ganz besonders, was hat das eigentlich für Nachteile? Ja, dann fangen wir mal an mit den Grundlagen zu unserer PU-Sprühschaumdämmung. Erstmal, was ist überhaupt PU-Sprühschaum? Letzten Endes, es sieht natürlich so aus, wenn man es sich erstmal anschaut, sieht es aus wie Bauschaum. Ich sage auch immer abfällig Bauschaumdämmung dazu. Vom Prinzip her ist es auch ähnlich, wobei natürlich chemisch jetzt nicht identisch. Bauschaum ist ja eine Einkomponentengeschichte. Und eben die PU-Sprühschaumdämmung, die besteht immer aus zwei Komponenten, die dann eben in der entsprechenden Sprühpistole beim Verbau dann in einem sehr exakten Mischungsverhältnis vermischt werden und daraus sich dann praktisch die Dämmebene ergibt. Vom Material her ist das Polyurethan, nennt sich das, deswegen PU, ist eigentlich nichts anderes als die, was ja nun einige vielleicht auch bereits schon mal gehört haben, die PU-Hartschaumplatten. Das ist ja nun auch ein bekannter Dämmstoff, wird meistens so im Außenbereich eingesetzt, für Aufsparendämmungen und so weiter. Ist auch ein sogenannter Hochleistungsdämmstoff, der hat nämlich auch sehr gute technische Eigenschaften, jetzt auf die Wärmeleitfähigkeit zu sehen. Und eigentlich ist eine PU-Schaumdämmung nichts anderes als die PU-Hartschaumplatte, nur eben noch nicht in hart. Und diese zwei Komponenten dieses Sprühschaums, die werden dann praktisch vor Ort, ja, wie soll man das nennen, montieren, eingebaut. Also es wird halt dann in die entsprechenden Bereiche hineingespritzt, dann expandiert dieser Schaum im Prinzip genauso wie bei Bauschaum, wie ihr das wahrscheinlich auch schon tausendmal gesehen habt. Und ja, das härtet dann in relativ kurzer Zeit aus, also man sagt so vier bis fünf Stunden ungefähr, wenn man jetzt größere Flächen damit besprüht hat, dann ist das hart. Und dann ist das vom Material eigentlich nichts anderes wie die bekannte PU-R-Dämmung, also PU-Hartschaumplatte. Nur eben jetzt genau angepasst an die entsprechende Position, wo ihr es dann reingesprüht habt. Ja, kommen wir zu den, ich nenne es mal technischen Daten von unserer PU-Sprühschaumdämmung. Was ich gerade schon meinte, PU-Schaum oder eben eine PU-Hartschaumplatte ist ja durchaus ein Hochleistungsdämmstoff. Wir reden hier also Wärmeleitfähigkeit im Bereich 0,02 Watt durch Meter mal Kelvin bis maximal 0,025. Also das ist schon wirklich die absolute, man muss schon sagen, Oberklasse. Das sind wirklich, deswegen PU, wer da schon mal nachgeschaut hat im Bereich Aufsparendämmung, PU-Hartschaumplatten sind auch mit die teuersten Dämmstoffe auf Mineralölbasis. Das ist ja so wie XPS, EPS und so weiter. Das ist also schon, wenn man das jetzt mal so in U-Werten und so, wenn man sich jetzt überlegt, man möchte das für eine Dachdämmung und so weiter verwenden, man möchte einen Ziel-U-Wert von 0,24 erreichen. Diese ganze Berechnung habe ich ja gerade erst im Video, kann ich mal hier noch verlinken, wie man jetzt U-Werte und Wärmeleitfähigkeiten und so weiter umrechnet. Jedenfalls tue ich das jetzt für euch. Und wenn du einen Zielwert von 0,24 erreichen willst als U-Wert, dann brauchst du von den PU-Hartschaum oder PU-Sprühschaum, brauchst du lediglich so 8,5 bis 9 cm. Das ist schon wirklich heftig. Also mal so zum Vergleich Holzfaser, da liegst du meistens so im Bereich von 18, 17, 18 cm und manch anderer Dämmstoff, da brauchst du sogar 19 cm an Dämmstärke, um eben so einen U-Wert zu erreichen. Deswegen also, das ist schon von der Wirkung her ein relativ guter Dämmstoff. Also jetzt als, wenn man es jetzt rein auf die Zahlen betrachtet zumindestens. Brandschutzklasse ist in diesem Fall B2, also auch das ist normal entflammbar. Also auch da, das ist jetzt nicht schlimmer oder besser als andere, zum Beispiel Dämmstoffe aus dem organischen Bereich. Allerdings, was vielleicht bei dem PU-Schaum nicht ganz so schön ist, der bildet eben beim Verbrennen giftige Dämpfe. Und wenn man sich mal so Brandtests dazu anschaut, dann sieht das auch wirklich nicht so angenehm aus. Das Material brennt also schon und bildet eben dabei eben entsprechend giftige Dämpfe. Und das ist, naja, sollte man auf jeden Fall wissen, wenn man eben jetzt so auf Brandschutz wertlegt. Dann wird das Material oft angeworben. Wenn man schon mal technische Daten sind, ist ja auch bei Dämmstoffen häufig die Schallisolierung, also die Schalldämmung, ist ja auch mal ein wichtiges Thema. Der PU-Schaum hat auch eine sehr gute Schalldämmung, weil er letzten Endes den gesamten Bereich, wo du den verwendest, der wird praktisch luftdicht abgeschlossen. Da gibt es keine Lücke mehr, kein gar nichts. Das führt natürlich auch dazu, dass Schallwellen da praktisch nicht durchkommen. Das ist eine sehr dichte und harte Ebene, wo also über, das ist jetzt der Unterschied, zu über luftübertragener Schall, also wenn du zum Beispiel an einer Hauptverkehrsstraße wohnst oder sonst irgendwas und würdest dein Haus dann mit PU-Sprühschaum dämmen, dann hast du auf jeden Fall eine sehr gute Schallisolierung gegenüber dem Schall, der von draußen, also der über die Luft übertragen wird. Allerdings, dadurch, dass dieser PU-Sprühschaum ja eine sehr enge, sag ich mal, Bindung mit deiner gesamten Konstruktion eingeht, wird allerdings sowas wie Trittschall, also alles, was über die Konstruktion übertragen wird an Schall, das wird damit sogar noch verstärkt. Das kann also dann sein, dass dein Kind hat das Kinderzimmer am anderen Ende des Hauses und hoppst dann da rum zu den New Kids on the Block oder was, wobei, die gibt es ja gar nicht mehr, aber egal, und das hörst du dann auf der anderen Seite vom Haus auch noch, weil das eben wunderbar alles dann über die Konstruktion übertragen wird. Das ist eben dann so der Nachteil, wo dann immer nicht so gerne drauf eingegangen wird. Also Schallschutz, okay, gegenüber Schall von draußen, aber eben nicht den internen Trittschall, da ist es dann tendenziell eher das Gegenteil. Wenn man über PU-Schaum und PU-Sprühschaumdämmung spricht, dann kommt auch immer das Thema Gesundheitsgefährdung. Natürlich wird immer wieder in eine Waagschale geworfen. Wie sieht das aus mit der Gesundheitsgefährdung? Letzten Endes ist natürlich das Material selber, so wie Bauschaum, also alles, was so PU-Schaum und diese ganze Schäumerei-Geschichte, ist natürlich im Bereich des Versprühens. Da ist es unter Verdacht, krebserregend zu sein. Das ist tatsächlich so, da muss man also auch wirklich entsprechende Schutzkleidung tragen. Wer sich das mal angeschaut hat, die Profis, die damit arbeiten, die haben auch wirklich Vollschutz praktisch an, wenn die das Material verarbeiten, weil es eben beim Verarbeiten eben entsprechend giftige Dämpfe freisetzt. Und es sollte auch natürlich Kontakt mit der Haut vermieden werden und auf gar keinen Fall Augen und so weiter. Also da muss man schon wirklich sehr mit aufpassen. Deswegen, da kommen wir gleich noch mit der Verarbeitung drauf. Das ist auch eigentlich nichts jetzt so für den Eigenleister. Also beim Verarbeiten haben wir da auf jeden Fall eine Gesundheitsgefahr. Allerdings, wenn das Ganze außergehärtet ist, was ich meinte, nach 4-5 Stunden, wenn das Ganze ausgehärtet ist, dann ist das eigentlich nichts anderes mehr als eine PU-Hartschaumplatte. Dann passiert da nichts mehr dran. Dann hast du keine Ausdünstungen mehr, dann hast du auch keine Gerüche oder sonst irgendwas. Also dann ist das Material an und für sich neutral. Und so gesehen, zumindest gesundheitlich, ist es dann unbedenklich. Also im eingebauten Zustand, wie man so will. Wie gesagt, das ist dann nichts anderes wie eine Hartschaumplatte. Ja, kommen wir als nächstes zu den Anwendungsbereichen für so eine PU-Sprühschaumdämmung, wenn man das mal ganz neutral betrachtet. Wie gesagt, in Amerika ist das durchaus ein Trend. Da werden wirklich komplette Häuser, in Amerika ist ja auch die Holzständerbauweise eigentlich ziemlich etabliert und so, da werden ganze Häuser damit komplett zugekleistert. Das heißt, du baust das Haus in Holzständerbauweise auf, so wie hier auch die Fertighäuser. Nur das dann eben das komplette Ding. Dann kommt dann nachher so ein Trupp, geht da einmal durch und sprüht das ganze Ding ab. Und dann ist die Sache gelaufen. Dann hast du das gesamte Haus in PU-Sprühschaum gedämmt. Das wird dann nachher abgeschnitten. Ich nenne es mal in den einzelnen Gefachen. Das wird natürlich praktisch luftdicht und das wird komplett aufgefüllt. Dann wird der Überschuss abgeschnitten. Da kannst du dann eine Platte vorsetzen und dann hast du ein gedämmtes Haus. Wie gesagt, von den Dämmwerten her ist das auch wirklich nicht zu vernachlässigen. Das ist schon ziemlich ordentlich. Das heißt also technisch gesehen, hast du dann wirklich auch ein Haus auf dem entsprechenden Energiestandard gebaut. Wofür es meistens dann verwendet wird oder wofür man es... Also eigentlich kannst du es überall für. Die Außenwände, du kannst das Dach natürlich damit dämmen komplett. Wofür es häufig auch verwendet wird, das sind also jetzt auch mehr so die Standardanwendungen in der Industrie, dass man damit zum Beispiel Hallen, Hallenbereiche dämmt. Überall an den Decken oder Wandbereichen, wo es eben jetzt nicht so auf die Optik ankommt, sondern eher darauf, dass das Ganze möglichst isoliert ist gegenüber irgendwelchen Temperatureinflüssen. Ja, was man auch machen kann, als was ich schon gesehen habe, als relativ platzsparende Dämmung, was ja tatsächlich ein Problem ist häufig, ist ja die Kellerdecke. Man hat jetzt so einen alten Keller unter seinem Haus und man möchte jetzt die Decke vom Keller zum Erdgeschoss gedämmt kriegen. Von oben ist das oft sehr schwierig. Die Decke kriegst du meistens von oben nicht gut gedämmt und man versucht die Kellerdecke von unten zu dämmen. Hat aber dann häufig das Problem, dass der Keller sowieso nur 1,70 oder so hoch ist, wenn überhaupt. Und wenn man da jetzt irgendwie noch 30 Zentimeter Dämmung drunter klatscht, dann ist da nicht mehr viel von übrig. Und dann braucht man schon irgendeinen Hochleistungsdämmstoff mit Platten und so weiter. Oft sind das dann ja Gewölbekeller, dann sind die auch noch so ein bisschen gewölbt, die decken. Ist also alles sehr schwierig, das dann mit Plattenwerkstoffen hinzubekommen. Und dafür kann man natürlich so eine Sprühdämmung tatsächlich benutzen. Die sprüht man dann unter die Decke, die passt sich genau der Kontur an und so weiter, in der entsprechenden Dämmstärke, die man gerne hätte. Und selbst 5 Zentimeter sind da schon ein ganz schöner Unterschied. Dann kommen wir jetzt als nächstes, wie sieht das aus von der Preisfrage? Ist ja auch mal so ein Ding bei Dämmstoffen. So, ist eigentlich jetzt das Material an sich, also der PU, was ich eben schon meinte, PU-Hartschaumplatten, sind eigentlich mit das teuerste Material, jetzt wenn du so um mineralische, synthetische Dämmstoffe redest. Allerdings ist das, das ist jetzt bei dem PU-Sprühschaum nicht anders. Da kannst du so ungefähr sagen, für so einen Quadratmeter, ganz über den Daumen gepeilt, dann legst du so bei etwa 20 Euro plus minus. So, das kommt immer drauf an. Allerdings hast du natürlich einen Riesenvorteil bei der Geschwindigkeit des Verbaus. Du brauchst keine Trägerkonstruktion. Wer schon mal mit Holzfaserdämmung gearbeitet hat, der weiß, wie aufwendig das ist. Das wirklich so alles zusammenzuschneiden, dann machst du meistens ja auch mehrere Lagen, damit das Ganze möglichst ohne irgendwelche Luftspalte arbeitet. und das ordentlich hinzubekommen in Eigenleistung, okay, dann kommt es ja auf eine Stunde nicht an. Aber wenn das letzten Endes eine Firma macht, dann ist eben der Einbau relativ teuer und kostenaufwendig. Das heißt, der Dämmstoff kostet dann vielleicht ein bisschen weniger, aber du brauchst noch mal das Doppelte an Mannleistung, um das Ganze reinzukriegen. Und das hast du halt bei dem Sprühstaum, da holt der natürlich auf. Dadurch, dass das Verarbeiten von dem Dämmstoff extrem schnell und einfach geht, holt der da natürlich genau diesen Kostennachteil des teuren Dämmstoffs dann wieder raus, weil das eben so saumäßig schnell geht. So von daher kann man sagen, dass es jetzt insgesamt durchaus, ich will nicht sagen eine günstige Dämmung, aber sie befindet sich schon eher im unteren Mittelfeld, würde ich mal sagen, weil man eben bei allen anderen Dämmstoffen in fester Form immer sehr viel Arbeit hat mit dem insgesamt vernünftigen Einbau von dem Ganzen. Ja, und dann kommen wir noch zu dem Punkt Eigenleistung. Ist ja für viele auch immer wichtig und oder interessant, wenn man jetzt so einen Dachausbau macht zum Beispiel, ja, dann sagt man sich auch, Mensch, da kann ich den Dämmstoff, kann ich vielleicht irgendwo günstig kaufen und baue den dann eben einfach selber ein. Das kriege ich schon irgendwie hin. Wie sieht das bei PU Sprühschaumdämmung aus? Da würde ich erstmal ein ganz großes Ausrufezeichen da machen, auf gar keinen Fall versuchen, das in Eigenleistung hinzukriegen. Das ist nämlich wirklich ein Job für Profis. Ich, wenn man sich das mal anschaut, sieht das natürlich erstmal wie so häufig. Das sieht erstmal gar nicht so schwer aus. Ja, wieso? Der macht doch nur so und dann ist das doch wie Lackieren so, ne? So, das geht erstmal damit los, dass man, man kriegt ja zwei Komponenten und die müssen genauestens gemischt werden. Also das ist abhängig von Temperatur, von Luftfeuchtigkeit und so weiter. Das heißt, das Verhältnis muss schon ziemlich genau passen. Ansonsten hast du dann nachher eine chemische Katastrophe in deinem Haus und wenn du dieses, ich hätte jetzt fast scheiße, also wenn du das da erstmal reingesprüht hast, das kriegst du da dann auch nicht mehr so einfach aus. Also da muss man schon genau wissen, was man tut. Natürlich ist jetzt der Prozess, das zu versprühen, kriegt man schon irgendwie selber hin. Das ist schon klar. Aber man darf eben die Gesundheitsgefahr nicht unterschätzen beim Verarbeiten von dem Werkstoff und eben genau diese Gefahr, dass man eben dieses Mischungsverhältnis nicht vernünftig trifft und dann kann das schon ziemlich übel werden. Deswegen, das muss man auf jeden Fall den Profis überlassen, auch wenn es, das ist natürlich schon, was ich so ein Stück weit verurteile, man kriegt dafür Sets zu kaufen. Das heißt, man kann dieses komplette Sprühset mit zwei Kanistern dabei und alles, kannst du alles kaufen als Do-It-Yourself-Set. Du kannst die Maschinen ausleihen, wenn du da also einen Kompressor oder sonst irgendwas hast, kannst du dir alles ausleihen. Aber wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall davon abraten, das selber zu versuchen. Wer also wirklich so etwas machen möchte und sei es auch nur die Kellerdecke und so weiter, sollte dafür ein entsprechendes Unternehmen ansprechen. Wie gesagt, die Arbeitsleistung, dadurch, dass das so schnell geht, die spielt bei diesem Dämmstoff eigentlich gar nicht mal so eine große Rolle. Deswegen muss man sich da im Prinzip auch nicht so für bange machen. Ja, dann kommen wir doch noch mal zu den Vor- und den Nachteilen von unserer PU-Sprühschaumdämmung. Ja, man mag es kaum glauben, auch ich muss es zugeben, das Material hat tatsächlich auch noch positive Eigenschaften. Fangen wir mal an, auch genau hier mit den Vorteilen. Also, zum einen natürlich ganz klar die Verarbeitung. Wenn ich das Ganze jetzt bei uns zum Beispiel im Dachbereich, wenn man sehr viele Ecken hat, das Ganze sehr kompliziert von der Geometrie ist, will ich mal sagen, dann tut man sich da schon schwer. Da mit irgendwelchen Plattenwerkstoffen, also Holzfaser, selbst im Inneralwolle, ist das Ganze alles sehr, sehr schwierig. Dann bleibt fast nur die Möglichkeit, eben über irgendwelche Einblasdämmung zu reden oder vielleicht eine Stopfdämmung. Aber auch das ist dann sehr schwierig, das wirklich bis in die letzte Ecke komplett wärmebrückenfrei hinzubekommen, ist sehr schwierig. Und da ist natürlich der PU-Sprühschaum praktisch perfekt für geeignet, weil damit kannst du jede Ecke bis auf das letzte Millimeter, kannst du damit luftdicht abschließen. Das schaffst du wirklich nur mit so einem PU-Sprühschaum. Der geht da halt ziemlich brutal bei. Der füllt wirklich jeden Raum komplett aus. Dann ist das Ganze absolut luftdicht. Das ist der nächste Vorteil. Durch eben genau diese absolut dichte Verarbeitungsweise hast du auch so gut wie keine Gefahr für irgendwelche Wärmebrücken. Das kennt man auch häufig, wenn man so gewisse Ecken nicht vernünftig hinbekommt oder die Überlappung nicht stimmt oder wenn man die Holzfaserplatte ein bisschen schief geschnitten hat, dann ist da ein Luftspalt zwischen und dann hast du wieder eine Wärmebrücke. Das hast du eben auch hier die Gefahr bei dem PU-Sprühschaum eben nicht. Dann die Verarbeitung ziemlich schnell, habe ich ja eben schon gesagt. Die Profis halten sich da auch nicht lange dran auf. Ich hatte gelesen bei einer Firma, die sagen so, im Industriebereich, klar, da hat man natürlich nur eine große, breite Fläche, aber das schafft eine Person durchaus um die 700 Quadratmeter, wenn es mal drauf ankommt. Also, da sieht man dann aber, ihr habt es ja auch gesehen, man rennt da einmal dran vorbei, sprüht das rein und wenn man da die Übung für hat, dass man die Geschwindigkeit und so, dass man weiß, wie es geht, dann glaube ich das auch, dass man da relativ viel in relativ kurzer Zeit hinbekommt. Also, die Geschwindigkeit der Verarbeitung, das Ganze natürlich auch von den Aushärten, von den Zeiträumen her, da kommt praktisch morgens einer vorbei und mittags kannst du dann schon von innen die USB-Platten dran schrauben. Also, jetzt so ein bisschen überspitzt gesagt. Das hast du natürlich auch, diese Geschwindigkeit mit anderen Dämmstoffen nicht. Ja, und dann kommen wir zu den Nachteilen unserer PU-Sprühschaumdämmung und einen der größten Nachteile, die man sich immer vor Augen führen muss, ist dieses Zeug einmal in dem Haus eingebaut, sei es jetzt als Wanddämmung, sei es als Zwischensparrendämmung oder was auch immer, dann kriegst du das da so gut wie gar nicht mehr raus. Das ist ein Riesenaufwand, dieses Material da wieder rauszukriegen. Du musst also wirklich da mit Messer und Säge und sonst irgendwas müsstest du das entlang der Sparren rausschneiden und hast trotzdem noch überall Reste, die du dann noch abknibbeln darfst und so weiter. Also, so schnell der Einbau auch geht, der Ausbau ist, ich will nicht sagen unmöglich, aber der ist schon ziemlich nah an unmöglich. Das ist also, wenn da irgendwas schief geht und oder du möchtest das mal raushaben, ist das faktisch ein Totalschaden. Dann hast du da wirklich, man muss sich ja mal vorstellen, dieser Sprühschaum, der geht ja auch schon eine Verbindung mit dem Material ein. Also, wenn du das jetzt in deinen Dachstuhl einbaust, einmal in die Runde, dann hast du praktisch so einen Dachstuhl, das ist eine Masse, das ist nur noch eine Masse, komplett das ganze Teil und den wieder auseinander zu klamüsern, da diesen ganzen Schaum rauszukriegen, kannst einen Haken hinter machen. Da wirst du nicht glücklich mit. Da kann man auch wieder sagen, siehe USA, da ist es nämlich tatsächlich so, das von entsprechenden Immobilienunternehmen und Ratingagenturen, wenn die dein Haus bewerten, hast du so eine Sprühdämmung in deinem Haus installiert, dann wird dein Haus abgewertet. Dann bekommst du da weniger für. Dann sagen vielleicht sogar manche Immobilienmakler, nee, das möchte ich gar nicht in meinem Portfolio haben und du wirst auch sehr viele Käufer haben, die aufgrund dieser Tatsache das Haus gar nicht erst kaufen würden, weil es da eben auch immer noch so kleine Probleme gibt. Man muss dann immer sagen, das wäre auch ein Nachteil, die Struktur ist zwar durchaus ein bisschen geschützt durch den Schaum. Den Schaum gibt es in diffusionsoffen und diffusionsticht. In den meisten Fällen wird diffusionsticht verbaut. Das bedeutet natürlich, dass jetzt so ein Holzdachstuhl ja durchaus auch ein Stück weit konserviert wird. Wenn aber irgendwo mal Wasser reinläuft oder eben das Holz nass wird, dann hat das Holz auch keine Chance mehr abzutrocknen. Das heißt, dann verfault dir das komplett innerhalb der Konstruktion. Dazu kommt, dass so eine komplett luftdichte Gebäudehülle ja auch noch mal ganz andere Probleme mit sich bringt. Das wäre so der nächste Nachteil. Wenn ich nämlich so eine komplett luftdichte Hülle hinkriege, dann habe ich praktisch, wäre so ein Passivhaus schon mal gewesen ist. Das ist ja auch komplett luftdicht. Dann hast du noch mal ganz andere Probleme. Dann brauchst du eine Zwangsbelüftung, sowas wie eine Dunstabzugshaube. Die funktioniert nämlich sonst überhaupt gar nicht mehr. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo man erst im Altbau, wenn man sowas jetzt nachträglich installiert, gar nicht so dran denken würde. Naja, und dann vielleicht noch das Problem mit der Schallübertragung. Klar, der Luftschall, und oder eben der gesamte Schall, der durch die Konstruktion übertragen wird. Das wird tendenziell eher verstärkt. Wie ich eben schon meinte, wenn man jetzt das Beispiel Dachstuhl nehmen würde, das ist ja eine, das ist nachher ein Bauteil. Das ist nachher durch diesen Sprühschaum ist das ein Bauteil. Und dann ist klar, wenn ich auf der einen Seite vom Haus dagegen klopfe, dann überträgt sich das im schlimmsten Fall bis auf die andere Seite des Hauses. Und naja, das ist jetzt auch nicht so das, was man sich wahrscheinlich so unter Schalldämmung dann vorstellen würde. Dann kommen wir zum Abschluss noch auf eine kleine Zusammenfassung und ein Fazit von meiner Seite zur PU-Sprühschaum-Dämmung. An der Stelle aber erstmal noch ein dickes Dankeschön an alle Zuschauer, die mein letztes Video geschaut haben, vielleicht einen Kommentar da gelassen haben und oder einen Like. Ja, das ist immer sehr wichtig, gerade bei diesen kleinen Randthemen hier über Dämmung oder über Dämmstoffe. Das sind meistens Videos, die von dem YouTube-Algorithmus nicht so benutzt werden, um sie mal irgendwem anzuzeigen. Deswegen ist es da enorm wichtig, dass von eurer Seite ein bisschen Interaktion kommt. Damit unterstützt ihr meinen Kanal wirklich sehr, sehr gut und dafür danke ich euch. So, jetzt aber PU-Sprühschaum. Würdest du dir PU-Sprühschaum in dein Haus einbauen? Das würde mich mal interessieren. Ich würde es nicht tun, ganz ehrlich, auch wenn wir ja gerade einige Vorteile durchaus genannt haben. Der Schaum an sich, ja auch vom Material her, was ich meinte, letztendlich ist das eine PU-Hartschaumplatte, nur eben gesprüht. ist also jetzt nichts wirklich Besonderes. Es ist ein Hochleistungsdämmstoff mit sehr guten Eigenschaften, also jetzt von der dämmtechnischen Seite her gesehen. Gut, im Brandfall möchte ich mich in dem Haus wirklich nicht aufhalten, wenn da PU-Schaum verbaut ist. Aber man muss schon sagen, letzten Endes, diese Hochleistungsdämm-Eigenschaften sind ja gar nicht mal so schlecht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, diese Szenen, die ich ja auch hier gezeigt habe, wenn die das da reinsprühen und das expandiert, und dann stehst du und denkst so, äh, was machen die da? Das war für mich so, da war das Label Sachbeschädigung, die zerstören das Haus, da habe ich immer so abfällig gesagt, so eine Bauschaumdämmung, das kannst du natürlich in den USA verkaufen, im Tornado Valley, wo du genau weißt, das Haus steht sowieso nur eine Saison, dann fegt der nächste Tornado das wahrscheinlich wieder weg, da kannst du das machen. Aber letzten Endes ist das ja dann ein mega Sondermüll. Ich meine, überleg dir mal, du hast jetzt so einen Dachstuhl, das ist mit diesem PU-Schaum gedämmt und ich meine, wir Deutschen sind ja auch immer so, wir überlegen immer 30 Jahre in die Zukunft, so weit denkt der Amerikaner dafür ja gar nicht, aber jetzt überlege ich das mal, so nach 10 Jahren gammelt dir da der ganze Balkenkram weg, weil das irgendwie doch nass geworden ist, dann kannst du praktisch diesen gesamten Dachstuhl in eins entsorgen und das ist alles Sondermüll, weil da ja überall dieser ganze PU-Schaum drin ist und das kriegst du ja nicht wieder auseinanderdividiert, und das ist schon so, wo ich dann denke, nee, auf gar keinen Fall. Ich würde das niemals in ein Wohnhaus, auf jeden Fall nicht im Dachbereich einbauen. Diese Geschichte mit der Kellerdecke, das würde ich mir vielleicht noch gefallen lassen, wenn man sich jetzt ein altes Haus vorstellt, gerade mit diesen runden Decken, du hast da nur sehr niedrige Höhe drin und so weiter, dann brauchst du einen Hochleistungsdämmstoff, ich hatte ja schon mal über dieses Isom damals gesprochen, so eine Folie, die man da drunter kleben kann, was auch durchaus ein bisschen Dämmwert mit sich bringt, aber da bist du natürlich mit diesem Sprühschaum gar nicht mal so schlecht unterwegs, da mit 5 cm, 6 cm Dämmung, da erreichst du schon Werte im Bereich U-Wert 0,3 oder so und wenn du da 8 cm, 8,5 cm abknäusern kannst, dann bist du schon bei einem respektativen Wert von 0,24 an U-Wert, also das ist schon eine Ansage, muss man schon sagen und so 5, 6 cm einfach drunter gesprüht, sehr schnell gemacht, sehr einfach, also so im Falle des Falles könnte ich mir das schon durchaus vorstellen, aber würde ich das irgendwem empfehlen? Ich weiß es nicht, also vielleicht ist man da immer so ein bisschen voreingenommen, aber ich weiß nicht, ob ich es einem wirklich empfehlen würde, weil da gilt natürlich auch, wenn du da irgendwie mal dran musst oder was weg oder so, dann bist du da echt übelst dabei, naja, muss jeder für sich selber wissen. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, würdet ihr sowas bei euch im Haus einsetzen, oder würdet ihr sagen, um Gottes Willen, so eine Chemiekeule käme bei mir niemals zum Einsatz, naja, soviel jedenfalls dazu, ich hoffe, das hat euch gefallen, war noch so, hier vor Weihnachten noch ein kleines Dämmstoffvideo und dann würde ich sagen, danke ich euch an der Stelle wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, frohe Feiertage und bis dahin, ciao, ciao. Musik 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 Musik